Das Bergwerk Piafsego-Maja ist ein stillgelegtes Steinkohlenbergwerk in Wodzislaw-Laski, Polen. Geschichte Weil man im Städte-Dreieck Rübnik, Jastrzem, Loslau, Wodzislaw-Laski zahlreiche Lagerstätten an Fettkohle fand und aufgrund detaillierter Explorationenflöts vorkommen in Höhe von einer Milliarde. Tekuks-Kohle fand, plante die polnische Staatswirtschaft die Errichtung zahlreicher Bergwerke in diesem Revier. Der Ministerrat der Volksrepublik Polen beschloss daher 1950 die Errichtung eines Bergwerks in der südlichen Spitze der Czwalowice-Mulde. Das Bergwerk zwischen den Ortsteilen Wilchwie und Emeszana mit einer Berechtsame von 145,04 Quadratkilometer sollte mehrere Flätze mit einer Mächtigkeit von ca. Ein Meterabbau wurde in den Jahren 1952 bis 1960 realisiert und am 1. Mai 1960 in Betrieb genommen. Die Problematik eines hohen Methangehaltes in den Flätzen zeigte sich bereits beim Streckenvortrieb, als es während der Bohrarbeiten zu zwei Entzündungen kam. Dass die Errichtung des Bergwerks acht Jahre in Anspruch nahm, ist u.a. darauf zurückzuführen, dass in dieser Zeit die Lebensmittelversorgung der Bergarbeiter mangelhaft und die Druckluftversorgung unzureichend waren sowie zu wenige Lastkraftwagen zur Verfügung standen. Es wurden insgesamt vier Schächte abgetäuft, i. mit Doppelförderung für Seilfahrt und Materialtransport, zwei für Skipförderung durch eine Turmförderanlage und die Wetterschächte 3 und IV in MS-Zahner und Wotschislav. Bis Dezember 1960 trug die Zeche den Namen MS-Zahner, seit dem 1. Januar 1961 hieß sie 1. Mai Jahr 1. Mai. Obwohl die Produktion von 4.200 Tagestonnen im Jahr 1965 auf 6.000 Tagestonnen 1970 gesteigert werden konnte, war das Betriebsergebnis unzureichend. Deshalb wurde 1969 die Förderung von der 250-Meter-Sole auf Hydrotransport umgestellt und in den Jahren 1970 bis 1972 Schacht-IV mit einer Förderanlage und einer Aufbereitung ausgestattet. Ab 1973 wurden drei Kohlenhobel des Typs Westfalen-Lünen eingesetzt, um auch den Abbau in Flätzen, die unter 35 Grad einfallen, zu mechanisieren. 1977 wurde der Hydrotransport der Kohle wieder eingestellt, trotzdem konnte die Produktion auf jährlich 2,6 Millionen Tonnen im Jahr 1981 gesteigert werden. Während dieser Jahre wurden zahlreiche weitere Wetterschächte abgetäuft, sodass das Bergwerk 1984 über insgesamt neun Schächte verfügte. Ab 1991 schrieb das Bergwerk trotz weiterer Modernisierungen rote Zahlen, sodass man im Jahr 1995 den Zusammenschluss der Bergwerke 1 Maja und Marcel unter dem Namen Marcel in Wodzislaw Slashy verfügte. Am 9. Dezember 2001 wurde das Bergwerk offiziell geschlossen, viele Gebäude wurden zerstört und die Schachte verfüllt. Zahlreiche Untertagebaue blieben erhalten, um gegebenenfalls wieder genutzt werden zu können. Förderzahlen 1970 2,42 Millionen T 1979 2,73 Millionen Komponenten 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 Vielen Dank.